Kannst du mal gegen die Tür... Oh, jetzt hast du selber kein Tür dabei. Kein Auto dabei. Hier, guck, so geht die auf. Nero, guck mal, ich hält die dir auf. Komm mit der her. Ich bin auch noch nett. Dankeschön. Bitteschön, komm mal raus. Ekelhaft. Also, wenn man wirklich irgendwie mir eine Freude machen will, irgendwie was von GTA oder seiner Monika Peer-Sachen oder was auch immer. So ein T-Shirt davon, total toll. Hey, du bist gestorben? War ein Scherz. Hey, hör auf. Ich hab gar nichts gemacht. Du bist im selben Team wie ich. Ich kann dich gar nicht. Du wolltest mich schlagen, das habe ich gesehen. Schleich die Buur. So, jetzt wählst du bitte das Richtige aus. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Du bist ein Arsch, sag das doch, ich hab, also ganz ehrlich, ich hab doch schon damit gerechnet, dass ich das nicht kann. Was ist, deiner Meinung nach, das beste Maschinengewehr? Wirklich, jetzt sag ich's dir. Oh no. Nee, das warst du Nero, das warst du diesmal. Abhartig ey. Ja Nero, du bist echt ein Experte. Ja, aber du hast doch selber gesagt. Nein, nein, ich will nicht verlassen, alles gut. Du sagst mir sowas. Entschuldigung. Oppressor sollen wir machen. Das heißt Oppressor. Das nächste Mal, sorry. Machen wir gleich. Das war jetzt ein bisschen zu spät, aber das nächste Mal schwör ich dir. Ja, wir machen auf jeden Fall noch eine, also so viel sei gesagt. Mach nicht nur drei oder vier oder fünf. Komm mit, Amy, wir müssen da oben. Ach so, ja, okay, ich wollte grad zum Strand ein bisschen chillen gehen, aber ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt. Äh, falsche Mission. Ja, wir machen gleich die richtige dann auf jeden Fall. Also wenn, ne, ich kann da ja nicht ran an dem PC. Nero muss das schon richtig machen. Äh, äh. Jetzt bleib ich schon mal. Ach, dumm, will der Cargopop. Hi Annika, moin, herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg auf unseren Kanal gefunden hast. Hä, was machst du denn da jetzt? Hier, komm, der hat jetzt abgeworfen im Wasser. Ja, also müssen wir jetzt doch ins Wasser. Siehste, ich wollte noch zum Strand und chillen gehen und sagst, ne, komm, wir müssen nach oben gehen. Ja, weil der Radar so anders den anzeigt hat und der ist dumme Dinge hochflogen. Das ist auf jeden Fall nicht der Ramp Bug? Ne, natürlich nicht. Das Ding fährt weg ohne uns. Der ist so cool, den hab ich ja auch mal gehabt. Ja gut, egal, dann machen wir diese ganzen Missionchen, also wie die läuft, ne, als ob sie Kacke im Schritt hätte. Hast du ja auch. Hey, hab ich gar nicht. Doch. Hast du selber, Nero? Ja, ich weiß. Gar nicht. Ich hab immer Kacke im Schritt, weißt du doch. Hm. Mhm. Mhm. So, jetzt Einsteiger, du bist im Geschütztturm, du darfst ballern. Ja. Ivo und du knallst. Okay, das gefällt mir, dann hauen wir mal rein. Okay, also wenn wir die Ware, äh, finden das unsere dann, also die nehmen wir einfach mit. Ja, ja. Wollen wir uns einfach. Ach, ich mag diesen MTV, der ist so cool. Also, da wird, wird ordentlich was jetzt gleich, äh, auf uns zukommen. Das wird nicht so easy sein. Ja, klar. Dafür haben wir auch richtig feites Geschütze dran. Oppressor wird deine Lieblingsmission sein? Richtig geil gepanzert. Nee. Ja, das machen wir danach. Das machen wir einfach danach. Nero hat Sand in der Witze. Oppressor hab ich aber auch schon mal gehört, ich glaub, die hab ich auch schon mal gemacht, oder? Keine Ahnung, ob sie schon mal gemacht hast. Ich meine schon, aber das ist schon lange her, oder? Hm. Brauchst aber eine Vorbereitung. Oh, okay. Das ist immer natürlich dann, wenn die Vorbereitung haben, ein bisschen härter die Mission. Kommst du da hoch? Okay, jetzt sag ich jetzt lieber nichts. Hä, was? Wieso? Ich wollt grad sagen, dein Gesicht ist Vorbereitung genug, aber ich, ich sag's jetzt lieber nichts. Dein Gesicht ist Vorbereitung genug, deswegen zeigst du's so wenig. Ich sag ja nur Tüte. Ja, na und? Lass mir die Tüte. Wegen das von Müller. Achso, von Müller, ich dachte, die wär von Aldi gewesen, die Tüte. Das war so ein kleiner Insider. Ja, ich war von Müller-Tüte. Aber okay, ja gut, Müller-Tüte. Das Müller, ne das Wandern ist das Müller's Lust. Ja. Guck da vorne was zum Schießen! Ja. 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 Ich, ne? Das war ein bisschen Gegner. Oh. Ich dachte. Oh, was muss ich jetzt tun? Hä? Was? Was? Was musst du machen? Da sind auch mehr von denen. Müssen wir damit tauchen? Ich schätz mal. Ah, hat er mir die ausgeschaltet? Amy, das wird spannend. Für deine MA wolltest du was recherchieren? Für Mathearbeit? Und dann bist du ungewollt hier gelandet? Echt jetzt? Amy, du musst das Rote schießen, gell? Ja, okay, okay. Nicht auf das Gelbe. Nee, nee. Das Gelbe müssen wir werfen. Das Gelbe ist das Große, ne? Also das sind diese kleinen Pissdinger, die ich... Genau, diese kleinen Pissdinger und dieser Helikopter da oben. Ja, easy. Ja, der fliegt aber zu schnell. Da hinten ist noch einer. V uns ist auch einer? Ja, der ist jetzt weg. Mach dir keine so. Sieht aber cool aus. Ja. Aber der scheiß Helikopter geht mir auf den Sack. Oh, jetzt ist er weg. Okay, cool. Mach dir keine so. Wenn, lieber Nero. So. Weg. So. Äh, Amy? Ja? Mach mal kurz das Schiff frei. Ich lass dich dann kurz hier drehen. Ja. Ja. Ich musste eben hier... Da hinten sind noch Schiffe. Ja. Ah, warte. Hier der eine Typ ist doch noch da drauf, oder nicht? So. So. Easy. Da hinten sind noch zwei Stück. Ja, genau. Wenn sie kommen, baller sie ab. Ich bin mal weg. Okay. Okay, easy. Dann versuch mal dein Glück. I? Du hast mal gesagt, dass er download in Deutschland verboten ist, oder? Welcher download an sich meinst du jetzt? Es gibt Sachen, die darf man nicht downloaden. Da hast du recht. Da hinten sind sie. Da kommt mir auf jeden Scheißleiter drauf. Solltest du aber. Ich muss doch aufs Schiff so mit drauf kommen. Schade, den habe ich jetzt nicht erwischt von der... Der fährt aber da hinten lang. So. Schumann, Enrico, was ist denn hier los? Ein bisschen Party, ne? Ein bisschen GDA. Ist das wahr? Natürlich. Du darfst nicht alles downloaden. Das wäre ja was. Also für manche Sachen kommst du sogar in den Knast, ne? Ups. Der ist ja fast damit aufs Boot rauf geschwommen. Jagd euch mir das fast umgebracht damit. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch zwei mehr. Oh, ich muss hier aufpassen, doch. Shit. Also wenn die hier gleich rüber kommen, da kommt auch noch ein Helikopter. Er leckt mich am Arsch. Und jetzt... Okay. Der ist jetzt auch Feierabend hier. Dahinten sind noch welche. Die kommen jetzt gleich erst her. Die... Also die sollen sich mal... Oh. Oh Gott, ich wird erschossen. Ah! Scheiße, ey. So. Scheiß die Wand an, ey. Der scheiß... Die... Ihr müsst beide tauchen. Die Ware ist im Wasser. Taucht doch. Ich schau mal Wand an. Amy. Ja. Tauch. Beschütz mich. Was tue ich denn hier? Geh mal tauchen. Okay. Wie taucht man da wieder? Gott mit. Ich benutze immer nur Controller, mein Freund. Ich auch. Äh... Dann müsste das eigentlich eine von den Schultertasten sein? Meine ich. Ich habe ewig nicht mehr hier überhaupt irgendwie was mit Wasser gemacht. Oh. Sehe zu, Nero. Ich bin tot. Oh nein. Wir haben noch... Jetzt haben wir kein Teamleben mehr. Ja. Jetzt bin ich ein Speedstar. Was für ein Star? Speedstar? Ja. Achso, du hast ein Ding da. Ein Ding. Tauch einfach runter sofort. Ja, versuche ich ja, aber ich kann dringen was ich mag. Ich tauche einfach nicht runter. Ich kau einfach nicht. Ich kau einfach nicht, sonst musst du hier bleiben und ich gehe da tauchen. Ah, der trifft uns mal. Ah, der trifft uns mal. Ah, der trifft uns mal. Geh halt runter. Geh halt runter. Los, ertrink. Ich gehe sonst gleich ins Wasser. Oh Mann. Sonst komm her und wir tauschen. Ja, tausch mal. Okay. Du gehst auf jeden Fall dann... Hopp. Dann baller ich halt eben. Was müssen wir? So, ein Atemgerät aufsetzen. Okay, cool. Wie viel hast du das Atemgerät? RB und auf rechte Taste oder so musstest du. Oh, ich höre es hier nur ballern. Okay, wie tief muss das denn... Wo ist das denn hier genau? Irgendwo hier. Ach, da. Da ist es. Ich hab's. Alles klar, Steffen. Alles klar. Okay, hier irgendwo ist auch noch eins. Was ist hier das? Hey, jetzt hat man ihre hübschen Tattoos gesehen an ihren Beinen. Oh Gott. Ich will hier hoch. Nein. Was ist denn jetzt los für ein Glitch? Einmal gefangen hier in so einer Kacke. Okay, das ist das Schlimme, die ne? Ja, hier unten. Bring die Pakete hoch. Okay. Oh ja, wir müssen echt nach oben. Boah, in der letzten Sekunde hier, ne? Ich stehe nach oben. Ah! Ich komm mit dem Helikopter nicht dran. Ich komm her. Jetzt dürfen die mich nur nicht erwischen. Die dürfen mich nicht erwischen. Ich komm her. Ich versuch's. Ich versuch's. Okay, Nero. Warte. Schnell. Los, steig schneller ein, Alde. So ganz gemütlich. Okay, wir müssen das zurückbringen. Ja. Oh, achso, ich muss ja fahren. Ja. Ich denk so, erwartungsvoll. Ja, los, wir können los, ne? Ja. Das bewegt sich nicht. Nero, wir dürfen jetzt. Ja, das ist ja schön. Hi, Jan M. Guten Abend, viel Spaß noch. Da wünsche ich dir auch viel Spaß. Ich hoffe, du fühlst dich gut unterhalten. Und erst mal herzlich willkommen. Nur bisschen unterhalten, gell? Nur bisschen. Nur bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen fuhi. Ein bisschen fuhi. Ja. Okay, da oben müssen wir jetzt nochmal hin. Vor uns, siehst du ja. Wie heißt dieser Tank? Ich hab keine Ahnung. Was? Wie dieser Tank heißt. Das weiß ich nicht. Der ist der MTW, das wir fahren. Wen ihr das meint. Das kann sein. Also ich weiß die genauen Bezeichnung immer nicht. Achso, ich darf sie wieder schießen. Ja, du darfst schießen. Das Ding fährt ja echt interessant. Äh, ups. Da fiel grad so ein bisschen Feuer runter. Also ich mag den so fein, echt cool. Ja. Magst du denn auch das Schießen? Oh ja, steht da sogar. Ich konzentriere mich grad auf alles andere außer auf den Namen. Nee, echt. Ich bin dann so. Ich versuche ja auch immer den Chat nebenbei noch ein bisschen lesen zu können. Oh ja. Es ist auch immer schwer, aber mittlerweile geht's schon besser. Mein Trefferkohl ist richtig brutal, gell? Brutal. Also bisher lebe ich noch. Und der MTW hat noch genug, äh, hier nach oben. Hier noch Energie. Hier, die wollten uns was Böses. So, ich bin grad mit dem Helikopter vor uns beschäftigt gewesen. Oh, also beschäftigt gewesen. Er hat natürlich wieder Raketen, was uns Arsch reinjagen könnte. Ja, klar. Ja. Gut, wir stehen beide drauf, ich weiß, aber trotzdem. Er tut's vorne. Wir müssen jetzt nicht unbedingt haben. Ach, du bist so ekelhaft. Ja, also das kann ich nur zurückgeben, Nero. Hier, ich weiß, danke. Kommst du mit deinem Kackelstift-Talk hier? Du weißt du nicht? Ähm, ich sag's lieber nicht. Nein. Ey. Was? Es wäre nicht so eklig, nein. Ja, dann lass das mal besser. Ist zwar schon 10, aber lass mal. Erst kurz nach 10, also muss ja nicht sein. Die Leute sind schon alle abgehärtet, aber trotzdem. Ja, die sind schon alle abgehärtet hier auf dem Kanal. Schau mal, da vorne ist ein Gegner. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Huwi! Jetzt hab ich den Feuermarsch gemacht. Muah. Ja, jetzt ist die ein bisschen warm. Falls jemand nicht hier kalt ist, der Nero, der heizt einem richtig ordentlich ein. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab einen Blühstab. Normal kann man mit dem Metallschmelzer. Jee. Das ist ganz schön eklig, doch. Ey, OB. Bo has. Ne, Bo has. Links, 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 links. Hey, roter Haare, ja? Nichts, links. Herzlich willkommen. Ey, ich will doch erst mal Hallo sagen. So. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Tanjali? Ja, ich will mal gucken. So. Was geht bei euch? Hat der MCW eine begrenzte Anzahl an Schüssen? Wenn man den aufrüstet, hat man maximal nur 20 Schüsse oder so? Was? Nein. Nein, der hat komplett so freie Munition. Oh, okay. Du hast da keine Munition. Du kannst sogar den ausrüsten mit Einhörungsminen, kannst du mit denen ausrüsten. Gefällt dir gut oder gefällt dir schlecht? Du kannst auch ein Flakgeschütz oben ranhängen. Mach, dass es dir gut gefällt, Nero. Was denn? Hier die Mission. Jetzt ist es vorbei. Ja, so. Ja, ich werde mich gut. Ja, ich werde mich gut.